Hallo! Ich werde darauf gefragt, Steffen, wie machst du das eigentlich ungefähr zum Angeln und fängst nix? Hast du nicht die richtigen Köder? Hast du nicht die richtige Technik? Hast du nicht die richtige Angelausrüstung? Dann sag ich immer, nein, es ist der Fisch, der nicht beißen will und ich habe heute sogar einen Beweis für diese These. Hier ist der Köder und wenn ihr den gesehen habt, dann glaubt ihr mir nicht, dass das der falsche Köder ist. Seeringelwurm! Nicht schlecht, oder? Eigentlich schon eine Mahlzeit für sich. Das war's von hier aus. Ich fange bestimmt nix mehr. Heute Abend gibt's Seeringelwurm Bolognese. Das war's von hier! Ich fange bestimmt nix mehr! Ich fange bestimmt nix mehr! Ich fange bestimmt nix mehr! Bis zum nächsten Mal.